Mit den Bäumen ist es genauso. Jorge beschneidet seinen Cainito-Baum, der köstliche Früchte trägt, nur bei Vollmond, damit er breit und kräftig wächst. Viele der Bäume im Chakara tragen Früchte. Die üppige Fülle, die leuchtende Farbigkeit sind überwältigend. An einem Baum hängt eine Gelande aus Schneckenhäusern. Sie erhöhen die Fruchtbarkeit des Baums, sagt Jorge. Die Wissenschaftler lachen verächtlich. Aber Don Jorge hat zu seinen Pflanzen nun einmal ein sehr persönliches Verhältnis. Vielleicht ist die Gelande eine Opfergabe, vielleicht auch nur eine freundliche Geste einem anderen Lebewesen gegenüber. Man dürfe seinen Chakaran nur mit der richtigen Gesinnung betreten, erzählte Jorge mir später, und nie, wenn man betrunken sei. Es ist kein Wunder, dass die Menschen hier sich der Natur so nahe fühlen. Nirgends auf der Welt ist man auf allen Seiten, auch nach oben, derart von Natur umgeben wie hier. Nach zwei Jahrhunderten Missionsarbeit sind zwar fast alle dem Namen nach Katholiken, aber ihre Traditionen sind älter, haben wenig mit dem Himmel und viel mit der Erde zu tun. Auch eine Ayahuasca-Liane findet sich in Jorge's Garten. Er braucht sie, wenn er Visionen oder wichtige Träume haben will. Jorge erzählt, Jim dolmetscht und die Professoren machen fleißig Notizen. Unser Lehrer ehrt seine Bäume mit Schneckengirlanden, ist einmal beinahe von einem Delfin verführt worden und kann ohne Worte sprechen. Und trotzdem nennt Jim ihn einen Wissenschaftler, denn er gewinnt seine Kenntnisse durch Experimente. Er hat mir mit seinem Forschungsdrang ungeheuer geholfen, sagt Jim. Bei seiner Dissertation über Forstwirtschaft in Peru und während seiner ganzen zehnjährigen Arbeit in diesem Land war Jorge einer seiner wichtigsten Ratgeber. Er hat mir mit dem